Mit über 16.000 Mitarbeitern produziert die Krones AG Abfüllanlagen für die Getränkeindustrie und Nahrungsmittelhersteller. Mit Tausenden von Patenten und ca. 4 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr ist der SDAX notierte Konzern weltweiter Marktführer in diesem Bereich. Unterschiedliche gesetzliche Vorschriften bezüglich Hygienestandards, Gebietsgewohnheiten, Gefäßformen, Materialien, einzufüllende Lebensmittel und nicht zuletzt der Grad der Automation machen jede Anlage zu einem einzigartigen Projekt. Die CNC-Blechbearbeitung ist an fast allen Produktionsstandorten der Beginn der dynamischen Produktionskette. Nachdem 2013 in einem Werk das WICAM PN 4000 mit durchschlagend positiven Ergebnissen bezüglich SAP-Konnektivität, Handhabung und Effizienz eingeführt wurde, entschloss sich die AV-Bereichsleitung, diese Wettbewerbsvorteile konzernweit zu nutzen. Neben der Leistung im Tagesgeschäft an den jeweiligen Standorten ist die offene, flexible Struktur von WICAM einer der größten Vorteile im Bereich der Unternehmenslenkung. Lizenzen können bedarfsgerecht in Sekunden an die Standorte in aller Welt verteilt werden. Strukturelle Änderungen, neue Werke, Unternehmenszukäufe und das Ansteuern von Maschinen beliebiger Hersteller werden zentral von Neutraubling ausgeplant, unterstützt und online umgesetzt. Die daraus erwachsene Flexibilität und Skalierbarkeit versetzt KRONES in die Lage, nicht nur bereichsweise oder als Ganzes schnell zu wachsen, sondern auch auf veränderte Marktbedingungen sofort reagieren zu können. Heute setzt KRONES die CAD-CAM-PPS-Lösungen von WICAM in allen Werken mit Blechverarbeitung rund um den Globus ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017